Hallo. Hallo. Wie heißt du? Alex. Gegen wem hattest du gerade ein Match? Gegen Slovan. Wie fielte es sich an, nachdem du 25 zu 0 gewonnen hast? Gut. Und was fandest du gut an diesem Spiel? Dass ich einen Türkei geschossen habe. Wer grüßt du? Alle. Danke. Wie heißt du? Fabian. Wie fühlst du, dass du dein Spiel gewonnen hast? Gut. Freust du dich, dass du in diesem Club sein darfst? Ja. Okay, tschüss. Tschüssi. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Eke. Wie viele Tore hast du geschossen? Fünf. Wie fühlst du, dass du heute gewonnen hast? Was? Wie fühlst du, dass du heute gewonnen hast? Super. Gut. Wie? 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 Wie fühlst du dein Spiel, dass du das Spiel gewonnen hast? Ja. Oh. Hattest du Spaß gehabt? Ja, habe ich. Danke. Tschüss. Okay. Hallo Kleiner. Hallo Kleiner. Wie? 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 Wie fühlst du, dass du elf Meter geschossen hast? Fünf. Super. Wie? 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 Tschüss. Und vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken. Ich bin mit einer ähnlichen 웃ig, mit einer klarenionaalzübungen. Ich bin mit einer ähnlichen Ausgaben. Wie? Wie? Genere ich. Wie? 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 Alle? Das ist schön. Alle? 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 Ich bin gefühlt. Und ich will grüßen meine Freunde von der Schule, Nico, Musa, Joel, Nico, Musa, Joel und mit Beni und anderen, und meinen Eltern. Ja, wie ich gesagt habe, ich grüße Noah und Gustav. Ich grüße noch den Beni, Elli, Carlo und alle anderen, die das Video auch noch schalten. Und das Tormann, das Ball. Also, wie ihr seht, jetzt gibt es Elferschießen, jetzt kommt am Slowakia Nummer zwölf, schießt jetzt Elfer und Tor kam ins Rennen, 5-4-2-Slowakia. Jetzt hat SC Kolumbia Wahl, Nummer sieben, 31 und Schießtor. Jetzt kommt noch Slowakia, jetzt schießt er und SC Kolumbia hat gehalten. Und jetzt SC Kolumbia schießt jetzt Meter und Trieftor, wunderschön war das jetzt. Heute, bis jetzt war mal ein guter Tag, weil Antonia hat in der U7 14 zu 11 gewonnen, gegen Team Widerlinien. Das war wirklich gut. Und jetzt hat Alex, ihr Bruder, 25 zu 0 gegen Slowakia gewonnen. Und jetzt hoffen wir, dass Lolli bei seinem U14-Spiel gegen Slowakia gewinnen wird. Schauen wir mal. Also, jetzt kommt Slowakia am Spieler und jetzt zieht der Elfer und jetzt ist der Torwart. Warte. Jetzt kommt Alex, jetzt macht Alex am Elfer schießen und jetzt macht er. Alex, 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 und er trifft. Und Alex geht jetzt ins Tor. Schauen wir mal, wer das... Alex, Alex. Und er hat das gerettet für SC Kolumbia. Ja, Alex hat getroffen und Kalten war sehr gut, da der nächste Elfer geht zur rechten Stange. Oh, er schießt. Er hat mich gehalten. Ich hatte heute bei Wiener Ligien. Und SC Colonia gewinnt das Spiel 26 zu 0. Das war jetzt ein guter. Wir haben gewonnen. Oh, Alex!